Moin Moin aus dem Niedersachsenpark. Heute habe ich das Vergnügen, meinen Segway auf der Teststrecke der Firma Grimme mal so richtig auszufahren. Mensch Uwe, was machst du denn hier? Und jetzt? Ich wollte ein bisschen Spaß haben auf eurer Teststrecke. Aber Teststrecke, was macht ihr da überhaupt mit? Unsere Teststrecke ist 700, 800 Meter lang. Da stellen wir Geschwindigkeiten von Maschinen ein. Wir machen Kurvenfahrten, wir machen Verzögerungsmessungen, um die Bremskraft zu erreichen. Wir haben eine Steilkurve, wo wir mit Maximalgeschwindigkeit durchfahren können. Alles um im öffentlichen Straßenverkehr teilnehmen zu dürfen. Also letztendlich, ob die Maschine funktioniert. Genau. Wenn ich aber schon hier bin, darf ich noch ein bisschen fahren? Das macht so viel Spaß. Ausnahmsweise. Also, das ist es sicher. Bis zum nächsten Mal.